Heute haben wir den Tag am Strand verbracht. Und zwar sind wir an einem Ort, der Armazón de Perra heißt. Es ist mega warm. Ich konnte leider nicht baden gehen, da ich ja noch krank bin. Dort unten haben wir den Tag verbracht. Es ist mega schön. Man merkt, es ist Vollmond. Es hat etwas Algen im Wasser. Aber ich hoffe, morgen kann ich dann baden gehen. Und an diesem Strand war ich immer als kleines Kind mit meinen Eltern. Wieder schöne Kindheitserinnerungen. Wir sind jetzt gerade in Calvoero bei unserem Lieblingsindor. Der heisst Haveli. Mega gut. Also, falls ihr mal hier seid, müsst ihr unbedingt hierher kommen. Es ist so lecker. Also, richtig authentisch. Wir haben jetzt unser Essen bekommen. Unsere Hauptspeise. Hier haben wir einmal Tika Masala. Hier noch Reis mit Gemüse. Etwas Gemüse. Hier noch Knoblauchnan. Auch mega, mega lecker. Und ich habe hier Chicken Huna. Das habe ich hier noch nie gegessen. Das ist mit Ingwer. Und ich bin ziemlich gespannt. Und ich freue mich jetzt riesig auf dieses Essen. Ich liebe diese Ingwer. Wir machen uns jetzt auf dem Nachhauseweg. Noch zum Restaurant. Ich verlinke euch alle Infos in der Infobox. Da könnt ihr dann nachschauen. Falls ihr auch mal hier seid, dann wisst ihr Bescheid, wie das Lokal heisst. Shoppen gehört im Urlaub natürlich mit dazu. Darum sind wir kurzerhand in ein Einkaufszentrum gefahren. Hier in Portimaum. Und zwar das Aqua. Es ist riesig, wie ihr es sehen könnt. Hier unten hat es auch noch ein Sephora. Es hat wirklich super tolle Läden. Wir waren auch schon im Primark. Mein Freund brauchte noch Socken. Und wir haben noch ein neues Handy für meine Oma gekauft. Und zwar mit extra großen Tasten. Und jetzt suchen wir noch etwas zu essen. Und hier gibt es so viele tolle Essensstände und lassen den Abend hier ausklingen. Wie ihr sehen könnt, hat es super tolles Wetter. Es ist eine sehr angenehme Temperatur. Und ja, ich würde mal sagen, ich melde mich für heute ab. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.